Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy, ich bin in the pipe, 5x5, versuche am Leben zu bleiben, hier in Dubai. Ich werde nächste Woche nach Miami gehen, ich werde zu einer Konferenz gehen, nicht die Bitcoin-Woche, leider nicht, aber ich werde bei einem Event reden und das nennt sich 21 Million Savage. Das ist die Konferenz, wo ich sprechen werde und das wird super. Also geht sicher, dass ihr eure Tickets bekommt, die sind ziemlich günstig und dann können wir Fotos zusammen machen und miteinander reden und ich würde euch gerne sehen und natürlich, ich werde auch zu der Bitcoin-22-Konferenz, also ich werde auch da sein, also geht sicher, dass ihr da seid, sodass ihr mir Hallo sagen könnt und wisst ihr was? Jeder, der unter 14 Jahre alt ist und eine Bitcoin-Wallet hat, ich werde dir 100 Dollar geben, wenn du zu mir kommst und mir Hallo sagst und du mir deine Bitcoin-Wallet zeigst, Lass uns sagen, so 10 Leute, aber du musst unter 14 sein, um diese 100 Dollar zu erhalten. Lass uns anfangen mit den Nachrichtengeläster von heute, oh Mann. Grayscale bereitet sich auf einen Rechtsstreit mit der SEC um einen Bitcoin-ETF vor. Also, sie sind etwas traurig, dass die SEC das noch nicht genehmigt hat, einen Spot-ETF und ich denke mir, lebst du auf diesem Planeten, wo wir den Dollar als unsere Reserve-Währung haben? Und wenn sie das zulassen, diesen ETF, wisst ihr, diese ganzen Hedge-Fonds werden diesen ETF kaufen und das führt dazu, dass der Preis nach oben geht und das zeigt, dass der Dollar schlecht ist. Nein, ganz klar könnt ihr sehen, was das Problem ist, was die SEC möchte und dass sie das nicht will. Dass ihr so ein ETF habt, aber wenn du einen Vorschlag haben möchtest, alles was du machen musst, du musst einfach den Gold-ETF lesen, bei dieser Gold-ETF, da steht drin, wir halten kein Gold und wenn die Firmen, die das für uns halten, das nicht besitzen, das ist nicht unser Problem. Und wir sind nicht dafür verantwortlich. Sollte das einen treffen? Oh, nein! Ja, also, wenn du das so siehst, dann hast du eine Chance. Weil ja, ganz offensichtlich, die Verantwortlichen werden nicht die Bitcoin haben. Okay, also, die kanadischen Behörden kämpfen darum, die Bitcoin-Spenden vom Freedom Convoy zu beschlagnahmen. Die Trucker des Freedom Convoy sammelten fast 21 Bitcoin, aber die kanadische Regierung hat Berichten zufolge weniger als sechs beschlagnahmt. Also, höchstwahrscheinlich haben sie diese sechs von den Exchanges oder von irgendwelchen Firmen nicht von privaten Wallets. Also alles, was in eine private Wallet eingezahlt worden ist, wurde wahrscheinlich nicht beschlagnahmt und wenn, dann hat die Person seine Private Keys veröffentlicht. Das ist der einzige Weg, wie die Regierung das machen kann. Wenn die Person das nicht gegeben hat und vielleicht haben sie eine Hausdurchsuchung gemacht und haben die Wallet gefunden von der Person, die diese Bitcoin hat und wenn sie ihr Seed Phrase in einem Tresor haben, dann haben sie es natürlich den Zugang zu den Bitcoin. Aber es gibt natürlich eine Eigenschaft, wenn es zu Hardware Wallets kommt, also wenn du einen Hardware Wallet hast, so wie dieser hier, wo ich eine Review drüber mache, wenn du eine Hardware Wallet hast, es gibt eine wichtige Eigenschaft, die du machen kannst, speicher nie deine Bitcoin in den normalen Einstellungen, ihr könnt eigentlich ein Passphrase hinzufügen, so dass du zu einer separaten Wallet gehst, die niemand kennt, es sei denn, sie haben den Passphrase. Also aus dem Weg, wenn die Regierung kommt und deine Private Keys nimmt, das ist in Ordnung. Solange du noch eine Kopie davon hast und irgendwo weit weg versteckst, also geh sicher, dass du das irgendwo kopierst, so dass du dich beschützen kannst. Solange du das hast, dann kannst du die Regierung verhindern, um deine Bitcoin zu nehmen. Also ihr lernt jeden Tag was Neues? Okay. Der oberste Gerichtshof von Singapur erkennt Krypto in einem Urteil als Eigentum an. Ja, man könnte auch sagen, der oberste Gerichtshof von Singapur sagt, dass Wasser nass ist. In einem Urteil. Oder der oberste Gerichtshof von Singapur sagt, dass Luft notwendig ist. In einem Urteil. Also einfach dumm. Einfach dumm. Das ist wie wenn man sagt, was gibt es noch? Dass deine Kopie von Windows nicht dein Eigentum ist. Ja, du könntest sagen, ich habe die Lizenz, aber du besitzt es nicht eigentlich, so dass du irgendjemand diese Lizenz schicken kannst, so dass jemand das benutzen kann. Oh Mann. Oh mein Gott. Das ist einfach nur Schwachsinn. Okay. Lass uns weitermachen. Der kanadische Bitcoin-Purpose-ECF besitzt jetzt über 36.000 Bitcoin. Wow. Das ist ein 23%iger Anstieg. Also die Leute, die laden auf ihre Bitcoin. Ich würde es nicht in ein ECF mögen, weil das einfach korrupt ist. Aber hey, wenn das jetzt funktioniert, das ist gut. Dass sie an Bitcoin aufladen. Hoffentlich haben die Besitcoin und besitzen sie auch wirklich. Aber das wissen wir nicht. Aber wenn sie die Adresse liefern, das wäre gut. US-Senatorin Kathy Loomis sieht, dass Bitcoin-Mining die US-Energiebranche ankurbelt. Ja, das stimmt. Wisst ihr, wenn ihr in der Energiebranche seid, es ist wirklich schwer, das zu verteilen und ihr baut das nicht für die ganze Energie, die gebraucht wird, von der lokalen Gegend, ihr baut das für die Zukunft schon. Und das bedeutet, das dauert eine Weile, bis die Kosten gedeckt sind. Also wenn ihr Bitcoin benutzt, um die Energie zu verbrauchen, von diesem Kraftwerk, um damit Geld zu machen, dann werden deine Kosten ganz schnell gedeckt. Ich sag's nur. Okay. Der russische Premierminister strebt eine Krypto-Integration an. Wisst ihr, so sehr ihr auch Russland hasst, weil wir sind aufgewachsen, oder ich zumindest, wo wir die ganzen Russen gehasst haben. Und ihr könnt die hassen, so sehr ihr wollt, ihr wisst nicht die ganze Geschichte, was da abgeht in der Ukraine, weil jedes Mal, als ich darüber geredet hab, was da abgeht, ich hab jeden von meinen ukrainischen Freunden erzählt, das macht keinen Sinn, dass Putin das macht. Es gibt kein finanzielles Interesse, was signifikant genug ist, um das zu tun. Ganz besonders, wenn du daran denkst, dass du diese ganzen Sanktionen in Kauf nimmst. Also warum hat er das gemacht? Ich werde das jetzt nicht sagen, oder irgendwelche Theorien aufstellen, aber ihr wollt vielleicht darüber nachdenken, und eine eigene Entscheidung treffen. Aber hier ist der Punkt, Bitcoin und Kryptowährung, es geht nicht darum, um irgendwelche Leute zu verhindern, dass sie das nicht erreichen. Die falschen Personen, nein, 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 nein. Das kann man nicht haben. Du kannst nicht beide Seiten haben. Wenn du Freiheit hast, freies Geld, Geld, was nicht korrupt ist, oder von irgendeiner zentralen Regierung kontrolliert wird, musst du das akzeptieren, dass die falschen Leute oder böse Leute dieses Geld benutzen. Also ich sage jetzt nicht, dass die Russen hundertprozentig schlecht sind, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, und ich habe nicht die ganzen Informationen und das komplette Bild, aber irgendwas stimmt da nicht. Also, das ist was ich sage, das ist alles was ich sage, und ich glaube, dass es egal, ob es eine schlechte oder eine gute Person ist, oder man denkt, dass die Person schlecht ist, jeder sollte Zugang zu Geld haben und die Möglichkeit zu haben, das zu handeln, um zu überleben. Und ja, ihr könnt selber entscheiden, das nicht zu traden, also das ist besser, wenn sie Bitcoin benutzen und du sagst, okay, ich handel nicht mit dir, aus den und den Gründen, das ist in Ordnung, ich unterstütze das. und das ist, wie es sein sollte. Okay, das war es für heute. Danke, dass ihr alle geschaut habt. Danke, dass ihr ein Teil von dieser Sendung wart. Und denkt dran, hoffentlich sehe ich euch nächste Woche in Miami. Ich werde auch auf eine Kreuzfahrt gehen, die Woche danach, nach Miami. Also, ich werde noch erwähnen, auf welchem Kreuzfahrtschiff, wenn ich es gebucht habe, weil ich habe noch nicht gebucht, aber wenn ich das mache, werde ich das erwähnen und vielleicht sehe ich euch dann auch da. Mir gefällt das, ich werde das nicht lange machen, aber ja. Hoffentlich können wir etwas zusammen trinken, vielleicht ein paar Mai-Tais und über Bitcoin reden, weil das ist mein Lieblingsthema. Okay, ich sehe euch auf der anderen Seite und bis morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.